Im Kanton Fribourg ist alles echt. Die schöne Landschaft ist echt. Die Natur ist echt. Hotels und Ferien sind echt. Das Essen und das Trinken ist echt. Alles ist echt. Und echt schön. Echt jetzt? In Fribourg ist alles echt. Ausser die Bärbung. Wo die Zürcheri macht. Die Zürcheri machten immer mehr. In der haar hat sich selbst aufs belief. In der die Schulung wird die Bärmsteife. Und die große Bärmsteig. Und in der die Welt. Die glide oder wie die würde. Die Gästeigung. Vielen Dank.